Hallo, hier ist Liebe für Birne und ich bin Ihr Gastgeber Kai Birne. Ich weiß, wie immer wunderschön, ja. Und heute haben wir wieder einen sehr tragischen Fall. Vor kurzem hat es sich bei uns angemeldet und gesagt, ja, mein Computer ist kaputt und auf einmal verschwunden, ne? Ja, und es ist wirklich tragisches Schicksal, weil er hat den Computer geliebt. Geliebt wie nichts anderes. Und deswegen, ja, ja, sieht. Heißen wir jetzt herzlich willkommen, Nerdroffen. Nerdroffen, kommst du? Ja. Erzähl doch mal, was passiert ist, dass du dass es eben so gekommen ist, ne? Ich bin mit meinem Clan, mit meinem Clan bin ich, habe ich Drittprestige gespielt. Ich war ziemlich gut und glücklich macht. Nerd. Ce jäh writing. Aaaaah. 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 Abbrechen. Ah, hinterlaa. WAS ZOLLL. Was soll ich was soll ich dann? xd hoffen verdammte scheiße WTF ich weiß einfach nicht was ich jetzt tun soll oder wie ich damit klarkommen soll ja das ist wirklich wirklich hart ne und was machst du jetzt so ohne den Computer wie ich weiß es doch nicht ich such ihn überall aber das geht einfach nicht ich hab ihn nicht überall gesucht und ich will dir einfach nicht auf Rad gehauen oder was er solls wir haben eine sehr gute Nachricht für dich und zwar ich war nämlich weg und ich hab was gefunden ja mach ich denn kann ich mir gar nicht vorstellen dass du irgendwas gefunden hast ganz besonders schau mal da hinten im Fernseher da kannst du jetzt genau sehen wo ich war all you need is easy easy all you need is love also ich hab dein Laptop gefunden ich hab dein Laptop gefunden oh mein Gott mein Laptop ich hoffe Leute ich seh nicht wirklich ja ja mein Laptop mein Laptop mein Laptop mein Laptop ja das ist dein Laptop ne und dann ist er eben auch wieder so es ist super Laptop ich hab mir auch wo ist die Kamera wo ist die Kamera jetzt kannst du wieder mit wo ist die Kamera die ist da die Kamera die Kamera ist da mein Laptop schau mal mein Laptop an guck mal mein Laptop oh mein Laptop da ok ok ignorieren jetzt ist alles ganz normal ist alles ganz normal ignorieren ok hä was ist denn das abbrechen ok ah was ist denn was ist mit meinem Laptop wo ist mit meinem Laptop ha 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 all you need is love all you need is love all you need is love 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 is all you need nothing you can know that isn't known nothing you can see that isn't shown know where you can be that isn't where you're meant to be easy all you need is love